Seit über zehn Jahren ist »Bares für Rares« mit Horst Lichter bereits auf Sendung. Doch so erfolgreich wie jetzt war das Format noch nie. Schon häufiger wurde »Bares für Rares« Moderator Horst Lichter gefragt, ob er sich irgendwann einmal ein Ende der Sendung vorstellen könnte. Doch aktuell scheint das ferner denn je, denn über zehn Jahre nach dem Start der ZDF-Produktion ist »Bares für Rares« nicht nur weiterhin ein Quotengarant, sondern stellt gleich zweimal in Folge Bestmarken beim jungen Publikum auf. Und das ist für eine Unterhaltungsshow eine absolute Ausnahme, was vor allem Horst Lichter immens freuen dürfte. »Bares für Rares«, besonders erfolgreich in der jungen Zielgruppe. Was Horst Lichter, aber vor allem die Sendeverantwortlichen beim ZDF besonders freuen dürfte, ist die Tatsache, dass das Trödel-Format mittlerweile viele junge ZuschauerInnen erreicht. Bestes Beispiel dafür ist die aktuelle Woche, in der »Bares für Rares« sowohl am Montag als auch am Dienstag für absolute Ausnahmewerte sorgte. Zum Wochenstart gab es mit einem Marktanteil von 17,5 Prozent, in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen den besten Wert aller Zeiten. Dass das allerdings nicht die Ausnahme der Regel sein sollte, machte auch der Dienstag klar. Dort gab es immerhin einen hervorragenden Marktanteil von 15,6 Prozent, in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, was einmal mehr unter Beweis stellt, dass »Bares für Rares« mit Horst Lichter aktuell wohl beliebter denn je ist. »Bares für Rares«, der Erfolg kam nicht über Nacht. Was viele jedoch gar nicht mehr wissen, ursprünglich war »Bares für Rares«, nur als wöchentliche Show im Nachmittagsprogramm von ZDF Neo eingeplant. Dass das Format irgendwann einmal täglich im Hauptprogramm des ZDF zu sehen sein wird, hatte 2013 noch niemand vermutet. Doch auch dank Horst Lichter ist die »Trödelshow« seit 2015 fester Bestandteil des wöchentlichen ZDF-Programms und extrem erfolgreich.